Hi ihr Lieben, ich wünsche euch frohe Weihnachten und willkommen bei Kapitel 5. Was hat der nur vor? dachte ich geschockt. Sarrus erkannte die Angst in meinen Augen und seine Hände beitend sich zu Fäuste. Lassen Sie sie gehen, Salvium. Dies hat was mit dir und mir zu tun. Sprach Sarrus ruhig und holte seinen Zauberstab heraus und richtete ihn auf Salvium. Dieser hingegen fing an zu lachen. Das mag schon sein, aber sie hätte mir gehört, wenn du nicht dazwischen gefunkt hättest, sprach Salvium. Das Lachen, was er in seinem Gesicht hatte, war verschwunden. Er schob mich von seinem Schoß, sodass ich aufstehen musste. Ich wollte schon auf Servus zugehen, doch Salvium hatte mich mit einem Zauber an den Boden gefesselt. Nicht schon wieder, dachte ich genervt. Nein, nein, meine Liebe, du wirst schön an meiner Seite bleiben. Ich möchte nicht, dass dieser Mensch dich berührt. Verständnislos sah ich ihn an. Kaum hatte Salvium sich umgedreht, flog ein Zauber seitens Sarrus auf ihn zu. Salvium wehrte ihn ab und schneidete missbedingt mit der Zunge. Na, na, das war aber nicht nett. Und auch Salvium schickte einen Zauber Richtung Sarrus. Doch dieser wehrte ihn gekonnt ab. Verzweiflung und Angst schließt sich in meinem Körper, denn ich war gezwungen, wie der Mensch, den ich über alles liebte, sich in einem Duell wegen mir gegen einen anderen Menschen kämpfen musste. Du hättest den dunklen Nord nicht hintergehen sollen und vor allem ihn nicht in die Quere kommen. Das hast du nun davon, sprach Salvium zwischen den Flüchen. Servus hingegen zog unbeeindruckt eine Augenbraue nach oben. Der dunkle Lord hat mir damals das Wichtigste in meinem Leben genommen und ich werde nicht zulassen, dass das gleiche nochmal passiert. Die Ernsthaftigkeit, die Servus mir mit diesen Worten vermittelte, ließ mich hoffen, dass das doch vielleicht alles gut werden wird. Nach einiger Zeit hatte ich das Gefühl, der Kampf geht schon irrelos lange und es sah auch nicht danach aus, als würde er so schnell zu Ende kommen. Ich muss doch irgendwas geben, womit ich Servus helfen kann, überlegte ich fieberhaft. Dann kam mir eine Idee. Was wäre, wenn ich Salvium ablenke, sodass Servus eine Chance hatte, ihn unentschädlich zu machen? Aber wie schaffe ich das, ihm abzulenken? Ich überlegte angestrengt. Dann fiel mir was ein. Damals, als der dunkle Lord und wir gegen ihn kämpfen mussten und er regiert hat, hatte ich mich ein bisschen in Oklomentik und Ingelimentik eingelesen und auch geübt. Auch nachdem ich mit Servus zusammenkam. Was wäre, wenn ich es schaffe, mit Servus gedanklich Kontakt aufzunehmen, um ihnen von meiner Idee zu erzählen? Wir mussten ja nur schaffen, Salvium abzulenken. So schwer konnte das ja nicht sein. Ich setzte mich im Schneidersitz hin und konzentrierte mich auf Servus. Dies sollte helfen, seine Kräfte auch ohne Zauber zu fokussieren. Ich hoffte, dass es klappt, denn damals, als wir geübt hatten, besaß ich jedes Mal meinen Zauberstab. Also fokussierte ich mich auf Servus und seine Gedanken. Ich ließ ihn trotzdem, aber nicht aus den Augen. Servus, bitte hör mich! Servus, bitte hör mich! dachte ich. Ich sah, dass Servus seine Augen für einen Augenblick irritiert auf mir lag und dann wieder auf Servium. Na, wo schaust du denn hin? Hier bin ich. Servus hielt gar nicht für nötig, ihn darauf zu antworten, was Servium noch wütender machte. Na, warte, bis ich dich bekomme. Dann wirst du betteln. Wieder schleuderte er einen Fluch Richtung Servium. Auf einmal hörte ich die Stimme von Servus in meinem Kopf. Ich höre dich, meine Liebe. Erleichtert sah ich zu ihm. Aber ich hatte nicht viel Zeit aufzuatmen, denn ich musste mich beeilen. Hör mir zu, Servus. Schick bitte einen Fluch in meine Richtung, so dass Servium gezwungen ist, sich wieder umzudrehen, so dass du die Chance hast, ihn zu entwaffnen. Ich weiß, dass es riskant ist, aber wir haben nur diese eine Chance. Dass Servius so von mir besessen ist, wird er sich, hoffe ich, zu mir umdrehen. Erklärte ich ihm. Lange geschah nichts, außer dass die beiden sich fieberhaft bekämpften. Bis wieder Servus Stimme in meinem Kopf ertönte. Na gut, wir versuchen es. Ich werde dich zwar nicht treffen, aber du musst so tun, als wenn. Verstanden? Erklang seine Stimme ernst. Ich nickte. Dann, ohne dass ich reagieren konnte, kam ein Zauber auf mich zu und schoss ein paar Zentimeter an meinen Kopf in das Bücherregal hinter mir. Direkt entfuhr mir ein Schrei. Salvium! Dieser drehte sich irritiert zu mir um. Das war die Chance, die Servus brauchte, denn dieser schickte einen Sektum Sempra auf diesen und Salvium brach zu Boden. Sein Zauberstab fiel in der Hand und rutschte zu mir rüber. Schnell schnappte ich ihn mir und machte mich frei. Nun, da ich frei war, stand ich mit erhobenem Zauberstab vor Salvium. Servus kam zu meiner Seite und wir standen zusammen mit erhobenem Zauberstab vor ihm. Dann, auf einmal, tauchten um uns herum fünf Auroraen auf. Darunter befanden sich Harry und Ron. Verwundert sah ich sie an und ich war auch sichtlich erleichtert. Was macht ihr denn hier? Diese nahm mich direkt in den Arm. Servus hat uns von dem Brief erzählt, auch dass er niemanden mitnehmen sollte, sonst würde Salvium dir was antun. Wenn er seinen Forderungen nicht nachkam, naja, wenn er zumindest alleine kam, und da Salvium nicht gerade der hellste zu sein scheint und gedacht hat, Servus würde wirklich sein Forderungen nachkommen, hatten wir die Chance, uns im Garten zu verstecken, bis seit der richtige Moment kam. Diesmal musste ich lachen. Ich wusste nicht wieso. Vielleicht war es einfach die Tatsache, dass ich gerettet war oder die Emotionen einfach überkochten. Gut, dass Salvium wirklich nicht der Schlauste ist. Mein Blick fiel auf den Besagten und ich sah, dass er von den Auroraen abgefüllt wurde. Man hat ihn wohl geheilt. Salvium sah mich hasserfüllt an. Das wirst du mir bösen, du Miststück. Bevor ich was erwidern konnte, kam Harry mir zuvor. Ja, ja, du landest erst mal in Askerbahn und tust niemand mehr was. Der auf ihn schwang als ein Zauberstab und Salviums Gekeife verstummte. Erleichtert, dass es vorbei war, sah ich mich um und erblickte Servus. Dieser sah mich mit hochgezogenen Augenbrauen an. Ich konnte nicht anders, als zu schmunzeln und als würde dadurch innerlich ein Damm brechen, rannte ich auf ihn zu und brach in seinen Armen in Tränen aus. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Oh, wimmerte ich. Ich war überglücklich. Sch, nicht weinen. Du warst so tapfer. Und alles ist gut. Ich werde dich nicht alleine lassen. Niemals. Aber ich hoffe, das Abschaum hat dir nicht zu sehr wehgetan. Wieder schnief dich und wischte mir die Tränen von meiner Wange. Nein, es geht. Ich konnte ihm zum Glück was vorspielen. Servus küsste mich darauf innig. Komm, lass uns gehen. Morgen ist der Weihnachtsball in Hogwarts und ich möchte, dass du dich ausruhst. Ich glaube, das möchtest du auch. Ich nickte. Ja, jetzt können wir endlich unbeschwert den Weihnachtsball genießen. Ich will das einfach hier nur noch vergessen. Bevor wir verschwanden, bedankte ich mich nochmal bei Harry und Ron. Diese versicherten uns, dass Salvium in Azkaban auf jeden Fall landen würde und uns nie wieder was abhaben konnte. Servus und ich apparierten nach Hogwarts und gingen direkt in seine Räume. Ich ging ins Badezimmer und ließ mir direkt ein Bad ein. Als ich wieder ins Wohnzimmer trat, ging ich auf Servus zu, der in einem Sessel saß und ein Buch in der Hand hatte. Ich blieb vor ihm still und drückte das Buch leicht nach unten. Mit einer Augenbraue nach oben sah er mich an. Was soll das werden, meine kleine Kämpferin? Leicht musste ich über den Kosenamen lächeln. Eine Kämpferin also? sprach ich mit ruhiger Stimme und nahm das Buch aus Salus seinen Händen und legte dies auf das Regal neben ihm. Deine Kämpferin möchte, dass du mit in die Wanne kommst, sprach ich und während ich sprach, setzte er mich breitbeinig auf seinem Schoß und mir dieses abscheuliche Kleid ausziehst. Ich küsste ihn verführisch und total ausgehungert auf dem Mund. Ein Knurren erklang aus Salus. Mit Vergnügen, meine kleine, süße Kämpferin. Ohne Vorwarnung erhob mich Salus hoch und trug mich ins Bad. Er ließ mich runter und drehte und ich konnte ihm so den Rücken zudrehen. Salus' starke Hände glitten zu der Öffnung meines Kleides. Es rutschte langsam mein Körper hinunter. Salus hinter mir knurrte. Ich stieg direkt in die übergroße Badewanne. Sie erinnerte ein bisschen einem Whirlpool. Ich drehte mich zu Salus um und grinste ihn an. Hattest du bei Salium die ganze Zeit keine Unterwäsche an? Knurrte er mir schon fast entgegen. Man konnte merken, dass er wütend war. Unschuldig lächelte ihn an. Doch habe ich. Ich habe sie nur gerade ausgezogen. Für dich. Dieser zog eine Augenbrau nach oben. Er hob seine Hand und mit dem Wink mit seiner Hand verschwand seine Kleidung. Salus stand nackt vor mir und ich musste mir leicht auf die Lippen beißen. Ich liebte diesen Mann einfach. Die ungezogenes kleines Ding. Während er sprach, ging er wie eine Raubkatze auf mich zu. Wieder musste ich grinsen. Ist das so? Er nickte und sein Körper geht langsam ins Wasser. Du weißt, was mit ungezogenen Frauen passiert, die ihre Männer ärgern wollen. Er hat sich zu mir runtergebeugt und sah mir tief in die Augen. Ich konnte mich in diesen wunderschönen Augen stundenlang verlieren. Nein, was denn? hauchte ich ihn entgegen. Dieser lächelte mich verführerisch an. Das wirst du gleich merken, sprach er und küsste mich verlangend und fordernd. Mein Körper erfasste direkt eine Gänsehaut. Wie ich ihn vermisst hatte, wie ich das hier vermisst hatte. Ich war zwar nur ein paar Stunden bei Savium gewesen, aber es hatte sich angefühlt wie Tage. Gierig streckte ich mich in den Gegenupfung mit meiner Hand über seiner Brust und dann hoch zu seinen Haaren und zog ihn noch dichter an mir. Während wir uns küssten, drehte ich Serous ein bisschen nach links und drückte ihn auf die Anhörung, die im Becken eingelassen war. So hatte ich die Gelegenheit, mich auf seinem Schoß zu setzen. Wieder erklang ein Knurren von ihm, als er meine Mitte an seiner Erektion spürte. Du spielst mit dem Feuer, Stella. Ich musste in den Kuss schmunzeln. Ich weiß und ich liebe es. Dies war wohl das Stichwort für Serous, denn er schiebt sich mit einer geschmeidigen Bewegung in mich hinein. Ich musste keuchen und kreilte mich in seinen Arm. Wie gefällt dir das? Erklang seine stungle Stimme an mein Ohr. Gut, stöhnte ich. Selber Stöße wurden schneller und härter. Mein Atem stockte zwischendurch, weil ich das Gefühl hatte, das Gefühl in meinem Inneren könnte mich jeden Moment überschwemmen. Als ich dachte, die Stöße könnten nicht noch intensiver werden, belehrte mich Serous eines Besseren. Möchtest du kommen? sprach er wieder dunkel an mein Ohr. Ich nickte. Ja, bitte, Serous. Dies schien Serous aber nicht zu genügen. Sag mir, was du willst. Jetzt wieder drang er tief und Kraft fand in mich ihn ein. Bitte, lass mich kommen, wimmerte ich. Meine Gefühle schienen mich zu übermannen. Daraufhin wurde Serous Stöße immer härter, bis auf einmal der Orgasmus intensiv und überraschend über mich hineinbrach. Und es brauchte auch nicht lange, bis auch Serous kam. Unser beider Orgasmus brach den Darm in mir komplett und meine Augen füllten sich mit Tränen. Nicht, weil ich traurig war, sondern weil ich überglücklich war, wieder bei ihm zu sein. Ich küsste Serous, damit er meine Tränen nicht bemerkte. Aber er wäre nicht Serous Snape, wenn er dies nicht bemerken würde. Nach einigen Sekunden lösten wir uns voneinander und ich sah ihn mit Tränen in den Augen ins Gesicht. Tut mir leid, dass ich geweint habe. Ich merkte, wie ich rot wurde. Serous hingegen musste leicht schmunzeln. Dann mach dir darüber mal keine Sorgen. Das ist das Normalste. Und das ist das, was ich an dir liebe. Du stehst zu deinen Emotionen und deinen Gefühlen. Darauf küsst er mich auf die Stirn. Außerdem wäre ich kein Mann, wenn mich sowas stören würde. Leicht musste ich schmunzeln. Da hast du wohl recht, sprach ich und stand auf. Ich ging auf die andere Seite und holte einen kleinen Schwamm und Duschgel. Als ich wieder zu ihm trat, sah ich ihn fragend an. Darf ich? Er nickte. Also verteilte ich das Duschgel auf dem Schwamm und fing an, Serous damit einzuseifen. Das gleiche tat dieser bei mir. Ich genoss seine Berührung und mir überfiel ein wundiger Schauer. Als wir fertig waren, gingen wir Richtung Schlafzimmer. Wir legten uns ins Bett und ich kuschelte mich an ihn. Vorher hatte er aber noch das Kleid von Salvium in den Kamin geschmissen. Du, ich habe gar kein Kleid für den Weihnachtsbeimorgen, fiel mir entsetzt ein. Bei Serous fiel es mir leicht, das Geschehene, was passiert war, zu vergessen. Das war eine der Tatsachen, die ich an Serous mehr als liebte. Mach dir darüber mal keine Sorgen, erklang seine Stimme. Irritiert rundherte ich die Stirn. Okay, wenn du das sagst. Ich kuschelte mich noch enger an ihm und legte meinen Kopf auf seine Brust. Dieser küsste mich auf die Stirn. Ich liebe dich. Nur schüttelte ich und kaum hatte ich die Worte gesagt, schlief ich auch schon ein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Morgen, ich glaube, morgen müsste der erste Advent sein. Morgen kommt dann der letzte Teil. Es sollte dieses eigentlich schon der letzte Teil sein, aber meine Finger kommen mal wieder nicht zur Ruhe. Also kommt es morgen der letzte Teil. Ihr könnt gespannt sein. Feiert noch schön mit eurer Familie Weihnachten und wir hören uns morgen. Tschüss, tschüss.